Musik Herzlich willkommen hier aus Unterföhringen, der Heimat von mein Bowlingshop, zu einer neuen Ausgabe unserer Ball Reviews. Heute geht es um ein Ball Review des neuen Storm ProMotion, dem neuen High Performance Ball aus der Signature Linie von Storm. Wenn ihr das erste Mal bei uns im Kanal vorbeischaut und ihr wollt mehr Informationen, Reviews und alles rund um Spoling, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Kommen wir nun zu den technischen Daten des ProMotion von Storm. Beim ProMotion haben wir die Spec Solid Reactive Oberfläche, die bereits im Crux Prime verwendet wurde, haben einen 2000 Grid Abrallon Finish und haben den Duft Vanille Snap. Im Inneren befindet sich der Piston Core. Der AG Wert bei 15 Pfund beträgt 2.52, das Differential 0.049. Einen PSA Wert bzw. Intermediate Differential gibt es nicht, da dieser Kern symmetrisch ist. Gespielt wird der Ball von mir, Storm-Stuff-Spieler und EMAX-Stuff-Spieler Manuel Mrozek. Ich habe den Ball mit dem Layout 50 x 4,5 x 50 gebohrt. Gespielt habe ich den Ball bei uns im Dream Bowl Palace auf unserem Pattern Sweeter Dreams, welches 42 Fuß Länge hat. Ich werde euch jetzt einige Würfe mit dem Ball zeigen. Im Anschluss werdet ihr ein Fazit von mir hören, was ich über den ProMotion denke, was seine Stärken und seine Schwächen sind. Jetzt viel Spaß bei den Würfen und wir hören uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, hier bin ich zurück. Ich hoffe, euch haben die Würfe gefallen. Wenn ihr mehr Reviews sehen wollt, wie dieses, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video bringen. Ich komme nun zum Fazit über den neuen Storm ProMotion aus der Signature-Linie. Zuerst kann ich nur sagen, wow. Storm hat hier in Zusammenarbeit mit Jason Bermonte ganze Arbeit geleistet. Dieser Ball ist das, was Storm im Sortiment gefehlt hat seit dem Wegfall des Marvel S. Für mich bedient dieser Ball exakt die Lücke zwischen dem Storm Supersonic und dem Storm Cooks Prime. Der ProMotion rollt klarer an in den Midlanes, verliert jedoch nicht so viel Energie wie der Supersonic. Aus meiner Sicht bleibt der ProMotion auch deutlich stabiler in der Laufphase. Für mich stand heute der Benchmark-Ball aus dem Hause Storm nach dem IQ Tour. In Summe gesagt, ist der ProMotion ein stärkerer IQ Tour, jedoch ohne zu viel Backend zu bekommen bzw. sprunghaft im Backend zu werden. Man muss hier ganz klar sagen, wer ein Ölmonster sucht, wird mit diesem Ball nicht glücklich bzw. wird eher enttäuscht sein, da der ProMotion kein großes Tamtam zeigt, sondern ganz klar und beständig rollt und bewegt. Wer allerdings auf der Suche ist nach einem Benchmark-Ball und hat zu wenig Rotation für die klassischen Benchmark-Bälle, wird hier sehr glücklich werden. Ich denke auch, dass der ProMotion für nahezu jeden Spielertypen geeignet sein wird. Nur für Spieler unter 20 kmh wird es schwierig, den Ball out of box zu spielen. Diesen Spielern empfehle ich, eine Anpassung der Oberfläche vorzunehmen und es mit 4000 Grid bzw. etwas Politur zu versuchen. Aus meiner Sicht definitiv eine Kaufempfehlung und Daumen hoch an alle Beteiligten für dieses Ergebnis mit dem ProMotion. Das war es jetzt soweit von mir mit meinem Fazit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer teilen, liken, weitererzählen, abonnieren nicht vergessen und wenn ihr Anregungen und Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Bis dahin, tschüss! 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 Vielen Dank.